Das ist meine Fuduba-Steuerung mit USB-Adapter für den PC. Guten Tag, RC-Next Helikopter-Programm zum Übeln von Helikopter. Ich habe einen USB-Steuerungsadapter gekauft für Furtuba-Funksteuerung, 2,4 Gigahertz. Wenn ihr Hilfe braucht zum Installieren, bin ich gern behilflich. Das ist meine Fuduba-Steuerung, 3,4 Gigahertz. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte meldet euch bei mir. Danke. Danke.